Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer wundervollen Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungsreihe. Heute wollen wir uns mit dem Software-Wallet JAX beschäftigen. JAX ist ein möglichst multiplattformfähiger Wallet, der auch wirklich dann bei euch läuft. Also ich hoffe, ihr wisst noch grob, was ein Software-Wallet ist. Ein Software-Wallet, ganz kurz zusammengefasst, läuft zwar bei euch, ist aber trotzdem... Also er läuft bei euch auf dem Rechner, beziehungsweise auf dem Gerät, wo ihr es eben ausführt und hat dort auch die ganzen Schlüssel und verwaltet die und ihr könnt damit eben Überweisungen zum Beispiel tätigen. Ihr seid damit nicht auf eine dritte Partei angewiesen oder sowas, sondern ihr seid quasi selber verantwortlich dafür. Das heißt, da muss nicht unbedingt jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Konto erstellt werden oder sowas. Also wenn jemand von euch möchte, dass ihr ein Konto erstellt und es ist ein Software-Wallet, dann wäre ich immer ein bisschen vorsichtig. Ich mag sowas grundsätzlich eigentlich nicht. Okay, Entschuldigung. So, der Mega-Vorteil von JAX ist jetzt, dass ihr sozusagen eine Wallet-Applikation für so ziemlich alles haben könnt. Das heißt, das Ganze läuft auf Apple-Geräten, dann habt ihr Linux, ihr habt Android, ihr habt Windows und ihr habt sogar Chrome. Und das möchte ich euch vorstellen. Ich habe nämlich hier die Chrome-Extension installiert bei mir und die nutze ich auch tatsächlich zumindest ein bisschen. Und das Tolle bei JAX ist auch, dass es nicht nur halt für Bitcoin-Wallet ist, sondern eben auch für alle oder nicht alle, aber für relativ viele andere Kryptowährungen wird auch immer noch weiter expandiert sozusagen und ihr habt da relativ viele Möglichkeiten. Gut, was ihr da machen müsst, ist im Endeffekt tatsächlich einfach nur hier runterladen beziehungsweise in den Chrome-Web-Store gehen oder wo auch immer ihr es runterladen wollt oder für welche Plattform ihr das Ganze haben wollt, AppStorm oder Google Play, für Windows oder eben für Chrome. Hier auf Download gehen und dann landet ihr ungefähr hier. Das heißt, ihr habt hier schon wirklich, also es ist nicht wirklich schwer, das Ding zu installieren, vor allem für Chrome nicht wirklich zum Runterladen für Windows. Hier dabei unter Linux ist es meistens in den Paketquellen, Entschuldigung, beziehungsweise hier dann natürlich auch, ja, also hier könnt ihr einfach alles runterladen. Ich glaube, damit kommt ihr klar. Okay, und wenn ihr es dann aufmacht, dann müsst ihr erstmal hier so euren Wallet einrichten. Ich habe das natürlich alles schon gemacht, ist aber ähnlich geführt wie bei Electrum, also wirklich sehr, sehr simpel. Und dann habt ihr hier eigentlich relativ leicht die Möglichkeit, einfach direkt durch alle Kryptowährungen durchzuswitchen. Das heißt, ihr könnt hier einstellen, hey, ich hätte ganz gerne, also unter, ich mache nochmal kurz zurück, hier oben unter den Wallets könnt ihr einstellen, hey, ich hätte ganz gerne Bitcoin-Wallet, Ethereum-Wallet, Ethereum-Klassik, Litecoin-Dash, Zcash, Doge, Bitcoin Cash und so weiter und so fort. Also es gibt einen Haufen Sachen, viele davon habe ich jetzt nicht aktiviert bei mir. Ihr könnt ja auch die Currency einstellen, das heißt, ob ihr das Ganze in US-Dollar rechnen wollt oder ob ihr dann halt Euro haben wollt oder wie auch immer ihr es angezeigt haben wollt. Und das ist ziemlich cool. Ihr seht, ich habe aktuell 0,0 Bitcoin hier bei mir drauf, tatsächlich ziemlich witzig, aber ja, ihr habt hier die Public-Key-Adresse, das heißt, ihr könnt hier auch Bitcoin drauf überweisen, ihr könnt hier zum Beispiel hier umstellen, dass ihr das Ganze in US-Dollar haben wollt oder in Euro haben wollt. Also im Endeffekt ist es halt wirklich ein sehr, sehr nützlicher Wallet. Ihr könnt natürlich auch hier wieder Backup-Funktionen machen, das heißt, hier unter Tools habt ihr natürlich einiges, was ihr einstellen könnt. Private-Keys zum Exportieren, Transferieren in den PayPal-Wallet oder eben den Wallet zu Backupen könnt ihr machen. Ihr könnt eine Security-Pin aktivieren, das ist sozusagen wie eine Mini-Passphrase aus vier Zeichen. Ihr könnt den Cash löschen, damit wird dann jeder Wallet neu eingelesen, das heißt, euer Guthaben wird neu geladen, das macht es aber eigentlich auch automatisch immer wieder. Und ihr könnt hier die Mining-Fee einstellen, das heißt, wie viel ihr ausgeben wollt, also Pricey-Fees, dafür ist es das Ganze fast, also schnell. Dann durchschnittliche Fees, also durchschnittliche Transaktionskosten, damit auch durchschnittliche Geschwindigkeit oder halt hier Slow, wobei Slow bedeutet, dass es manchmal überhaupt nicht gemeint wird. Also ihr könnt hier natürlich auch immer noch, oder auch nicht, na egal. Gut, ja, also ihr habt hier sozusagen alles, was ihr bei einem Wallet braucht. Wenn ihr irgendwas senden wollt, könnt ihr hier einfach auf Send gehen, dann gebt ihr hier die Adresse ein, hier gebt ihr das Ganze in Euro oder in Bitcoin. Und dann werden euch automatisch die Fees noch mit reingerechnet. Ihr könnt aber auch sagen, ich hätte ganz gerne was zum Empfangen. Dann könnt ihr sagen, hey, ich will so und so viel Bitcoin empfangen, zum Beispiel eine Bitcoin. Dann kann ich sagen, ich generiere mir das Ganze und habe hier den Key. Und damit würde dann eben eine Bitcoin an dieses Konto überwiesen werden. Also solche Sachen, das ist dann ein Payment-Request. Was das genau ist, werden wir uns auch noch genauer angucken in der Playlist natürlich. Okay, und was ich persönlich sehr, sehr nice finde, ist hier die Einbindung in Shapeshift.io. Das werden wir uns vielleicht noch separat mal angucken. Shapeshift ist erstmal eine Tauschbörse, wo ihr Coins in Coins umtauschen müsst. Ihr müsst euch dazu nicht registrieren oder sonst irgendwas, sondern ihr könnt einfach sagen, hey, ich hätte ganz gerne, ich gebe euch eine Bitcoin und ich hätte ganz gerne ein, keine Ahnung, eine Coin irgendwas. Zum Beispiel hier Z-Cash und dann wird euch eben das komplette Guthaben von einer Bitcoin wird euch umgewandelt in eine oder in so viele Z-Cash halt. Die verlangen dafür eine gewisse Fee, aber danach habt ihr halt eine Bitcoin weniger und dafür halt mehr Z-Cash. Also ihr könnt halt quasi hinter den verschiedenen Alt-Coins hin und her tauschen, was ziemlich nice ist. Kostet aber jedes Mal auch eine ganz gehörige Fee, also da wäre ich sehr, sehr vorsichtig damit. Für solche hin und her Transferierereien, da gibt es bessere Plattformen, wenn ihr das effektiv machen wollt. Nur wenn ihr es nur einmal machen wollt oder sowas, finde ich die Einbindung von Shapeshift eigentlich ganz nett. Okay, das ist jetzt nur mal eine kurze Vorstellung gewesen von Jax. Achtung, weil ich jetzt hier wahrscheinlich gleich wieder Kommentare drauf kriegen werde, ob dieses ganze Video gesponsert ist oder nicht. Das Ganze ist nicht gesponsert, ich mache das einfach nur so, weil ich den Wallet halt auch selber benutze und weil ich ihn eigentlich ganz nett finde. Elektrom ist natürlich auch super. Also es gibt haufenweise verschiedene Wallets, vielleicht braucht der ein oder andere lieber einen Browser oder vielleicht auch lieber irgendwie, keine Ahnung, hier für Chrome oder sowas. Ich weiß nicht genau, was ihr braucht. Ich stelle euch einfach mal ein paar Sachen vor. Okay, gut, das war es von meiner Seite auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.